So, herzlich willkommen zu einem weiteren Video an diesem wunderschönen Samstag um 15 Uhr. Wir spielen heute Nuclear Bike oder Engin, keine Ahnung wie es heißt. Das Spiel ist ein Motorradspiel, es gibt 15, glaube ich, 15 Level. Im Anschluss gleich wird an dieses Video, also ich werde es dran schneiden, also gleich wenn ich dieses Video beenden werde, dann wird ein Full Gameplay kommen, also jedes Level werde ich nur einmal zeigen, wo ich es halt durchgeschafft habe, komplett. Damit ihr seht, es funktioniert wirklich und man kann es schaffen. Und ja, dieses Spiel ist halt ein Motorradspiel, ich spiele es gerade zur Zeit sehr gerne. Und da darf ich mir einfach mal, lasst doch mal einen Spieltest machen, warum nicht? Kann man ja mal machen. Und ja, wir sind jetzt bei Level 2 von 15. Und ich würde sagen, man sieht ja eigentlich auch, wie das Spiel funktioniert soweit. Ähm, ich bin gerade totaler Versager, ich schaffe es gerade einfach nicht. Darunter legen und alles mögliche in der Beschreibung, ist in der Beschreibung. Ähm, daher würde ich sagen, ähm, danke fürs Zusehen, jetzt kommt noch das Gameplay. Ähm, ja, genau. Und ich würde sagen, tschüss und viel Spaß mit dem Gameplay. Und ich würde sagen, tschüss. Und ich würde sagen, tschüss! Und ich würde sagen, tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020